Musik Ich bin Karola Lucia. Wir spielen heute im Café Publique im Festspielhaus St. Paul. Da sind wir jetzt hier. Das sind noch Heidi Dockerle am Cello, Max Hauer am Klavier, Bass und Gitarre und Ines Persche am Schlagzeug. Musik 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 Melancholisch heißt es immer. Musik 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 Ich hatte, also ich habe ein eigenes Label und hatte dann am Anfang ein Partner Label in Deutschland und das habe ich aber wieder beendet, weil das hat sehr unschön geendet und jetzt mache ich das auch in Deutschland selber. Musik 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 Es haben sich ja gerade in den letzten zehn Jahren so viele Indie-Labels gegründet. Ich glaube, besonders schwierig ist es jetzt nicht mehr, wenn man eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei hat und das auf einem halbwegs sinnvollen Niveau betreibt. Dann ist es, glaube ich, so das Gefühl, viel leichter mittlerweile einen Vertrag zu kriegen, als noch vor 20 Jahren. Musik Ja, wir haben ein neues Album. Wenn man in April herausgebracht, wie eigentlich jedes Album von uns in April erscheint, heißt Falling Into Place, ist auf Arseniella Records erschienen und ist sehr schön. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020